Sie hören, über Topflappen freut sich ja jeder. Weihnachten mit der Online-Umi. Von Renate Bergmann. Gelesen von Marie Gruber. Gelesen von Marie Gruber. Andere, die vielleicht noch nie was von mir gehört haben, was für eine unhöfliche Person. Schreibt einfach drauf los und stellt sich nicht mal vor. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Also. Nur, dass ich ins Internet schreibe, was ich jeden Tag erlebe. Und ich erlebe eine Menge. Das glauben Sie mir mal. Wissen Sie, zu Hause rumsitzen und darauf warten, dass das Leben vorbeigeht und der Tod mich holt. Das ist nicht meine Sache. Aber bevor Sie noch vor Neugier aufs Klo müssen, lassen Sie uns mal loslegen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude beim Hören. Ihre Renate Bergmann. Ich kenne Kirsten. Wenn sie Mama sagt, will sie was. Sagt sie Mutti, hat sie neue Broschüren von alten Heimen dabei. Hallo, Mama, flötete es aus dem Hörer. Mama, nicht Mutti. Ich setzte mich aufrecht hin in meinem Fernsehsessel und drückte die Brille zurecht. Mama, wir sollten es an Weihnachten nochmal miteinander versuchen. Wir sind doch Familie. Da hat sie recht. Aber das habe ich auch nie bestritten. Du bist jetzt 82. Ja, ja, ja. Mir schwante schon, was als nächstes kommen würde. Wer weiß, wie oft du noch den Flieder blühen siehst. Und so ein Schmus. Ich kenne doch meine Kirsten, wenn sie was will. Das würde jetzt ein paar Minuten lang so gehen. Ich konnte also getrost meine Häkelarbeit wieder aufnehmen, ohne etwas Wichtiges zu verpassen. Also stellte ich den Telefonapparat auf laut und griff zu Wolle und Nadel. Ich arbeitete gerade an einem Topflappen. Wir hatten bald September. Weihnachten stand sozusagen vor der Tür. Üblicherweise bin ich nicht eine von denen, die auf den letzten Drücker anfangen, sich über die Geschenke Gedanken zu machen. Das dürfen sie nicht von mir denken. Normalerweise habe ich spätestens im Mai alles beisammen. Im Vertigo in der Wohnstube gibt es ein Fach, da lege ich die Sachen rein. Wenn man die Geschenke nach und nach besorgt, kommt es einen nicht so teuer. Für Ariane zum Beispiel habe ich ein Set Nonchalance gekauft. Das war gleich nach Ostern im Angebot. Das Mädel freut sich sicher über so ein schönes Duftset. Parfum, Körperspray und Seife, alles passend gleich dabei. So sammeln sich die Geschenke übers Jahr fast wie von selbst und ich muss sie im Dezember nur noch einwickeln. Passendes Geschenkpapier gibt es ja frühestens ab Herbst. Nicht wie Lebkuchen. Meine Freundin Gertrud und ich haben seit Jahren eine kleine Wette laufen. Wer die ersten Lebkuchen im Einkaufsmarkt entdeckt, lädt die andere zum Tee ein. Dieses Jahr habe ich gewonnen. Es war der 27. August. Die Schokoladenglasur vom Lebkuchen ist uns beim Essen in den Händen geschmolzen. Und statt Tee habe ich uns Eiskaffee gemacht. Es waren nämlich 34 Grad draußen. Aber Wette ist Wette. Nee, weihnachtliches Geschenkpapier kriegen Sie erst ab November. Doch eine Renate Bergmann ist auch darauf vorbereitet. Ich werfe das gebrauchte Papier nämlich nicht weg. Egal, ob Geschenkpapier oder Schleifenband, das wird alles eingesammelt, ordentlich gefaltet und später zu Hause gebügelt. So weit kommt es noch, dass ich denen jedes Jahr aufs Neue 10 Euro für Verpackung in den Rachen schmeiße. Man muss schließlich gucken, wo man bleibt, nicht wahr? Sie kennen das bestimmt auch. Man holt 100 Euro aus der Geldscheindruckmaschine bei der Bank. Und dann kauft man hier einen Kaffee, da ein Billett für die Bahn oder dort ein neues Haarnetz. Und ehe man sich's versieht, ist das Geld weg. Nee, ich sag immer, wenn man einen Schein erst mal angerissen hat, ist der auch schon ausgegeben. Es sind die Kleinigkeiten, die den Kohl fett machen. An den großen Ausgaben kann man nicht sparen. Die Miete, die Monatskarte für den Bus oder das große Programm beim Friseur. Dauerwelle waschen, schneiden, föhnen. Das hat nun mal seinen Preis. Daran lässt sich nichts rütteln. Man muss bei den kleinen Ausgaben gucken, ob sie wirklich nötig sind. Die läppern sich nämlich ganz schnell. Ja, ja, das mit den Geschenken ist wirklich schwierig. Wissen Sie, nun bin ich über 80. Aber beim Schenken liege ich ab und an noch immer daneben. Eigentlich schenken wir uns ja nichts. So ist es zumindest abgesprochen. Nur eine kleine Aufmerksamkeit, heißt es so oft. Und am Ende steht man dann dumm da, wenn jeder seine kleine Aufmerksamkeit überreicht und man selbst hat kein anständiges Präsent. Nicht wahr? Auch wenn Schleifenband und Papier jederzeit bereit liegen, ich wickle die Sachen trotzdem erst kurz vorm Fest ein. Mir ist es nämlich glatt schon mal passiert, dass ich vergessen hatte, was drin war. Und am Ende habe ich die Geschenke vertauscht. Gertrud bekam dann den Nussknacker, der für Kurt bestimmt war. Das war ja noch egal, denn sie freute sich sogar darüber. Gertrud ist robust und freut sich über alles. Aber als Kurt die Haarnadeln und eine Garnitur Damenunterwäsche in den Händen hielt, guckte er leicht irritiert. Die beiden haben dann getauscht, obwohl Gertrud den Nussknacker lieber behalten hätte. Am Telefon schwadronierte Kirsten nach wie vor darüber, wie schnell doch die Zeit verging, wie froh wir sein müssten, weil wir einander hatten und dass wir uns viel zu selten sähen. Obacht, Renate, dachte ich, denn jetzt wurde es kritisch. Ich legte die Häkelnadel zur Seite, nahm den Hörer in die Hand und passte ganz genau auf. Nun kam es nämlich auf jedes Wort an. Wissen Sie, meine Kirsten ist so eine, die zum Weihnachtsfest auf einmal doch Rotkraut auf den Tisch stellt, statt Grünkohl zur Gans und dann sagte, aber Mama, das habe ich dir doch gesagt. Da muss man aufpassen, wie ein Fuchs. Und deshalb habe ich mir gedacht, du kommst an Weihnachten zu mir. Keine Widerrede, Mama. Ich respektiere es, wenn wir so feiern, wie du es möchtest. Ich will dich nämlich unbedingt bei mir haben. Du brätst Sissi, wir gucken ganz und in die Kirche gehen wir auch. Wir machen es uns so richtig gemütlich, ja? Du musst auch nicht? Nee, warten Sie mal. Ich glaube, das mit der Gans und der Sissi hat sie andersrum gesagt. Ach, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Der Schreck war zu groß. Ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte. Ich wollte Kirsten ja nicht vor den Kopf stoßen. Sie meinte es schließlich gut. Nur, Weihnachten mit ihr im Sauerland? Sie müssen wissen, meine Tochter wohnt in Brunsköngel. Der Ort hat 60 Einwohner. Einmal die Woche kommt das Fleischerauto vorbei, das bei Kirsten aber nicht hält, weil sie ja vegan ist. Und jeden zweiten Sonnabend backen sie Brot im Backofen bei Lindemanns im Garten. In Brunsköngel gibt es kein Interweb. Also nix mit online über die Luft, sondern nur per Kabel. Meine Tochter hat eine Tierheilpraxis für Katzen mit psychischen Problemen und Übergewicht. Mit den Miezen macht sie Wassertreten und auch sonst hat sie nicht alle Platten an am Herd. Deshalb gehe ich ihr möglichst aus dem Weg. Weihnachten haben wir seit Jahren nicht mehr miteinander gefeiert. Seit sie damals, ohne zu fragen, einfach Sissi ausgestellt hat und eine Yoga-DWD mit mir und einem Pflegetier nachtunen wollte, habe ich mir das nicht mehr zugemutet. Das ganze Fest hat sie mir versaut. Notgedrungen saß ich am ersten Feiertag in meinem guten Kleid im Gästezimmer und konnte nur schwarz-weiß mitverfolgen, wie Graf Andraschi um das Herz der Kaiserin buhlte, während sich meine Tochter mit einem Kater im Wohnzimmer auf dem Teppich rollte. Ich bin ein bodenständiger Mensch und möchte mit so einem Blödsinn nichts zu tun haben. Seitdem war ich Weihnachten immer reihum bei der Verwandtschaft. Sehen Sie, ich war viermal verheiratet und auch wenn meine Männer inzwischen alle eine Etage tiefer liegen, die Verwandtschaft ist geblieben. Die Herren waren ja alle schon nicht mehr taufrisch, als ich sie geehelicht habe. Otto und Walter, mein erster und mein vierter Mann, haben sogar erwachsene Kinder hinterlassen. Wilhelm hatte viele Geschwister und Franz, ach, hören Sie mir auf, die bucklige Verwandtschaft von Franz ist so groß. Wenn die mich besuchen, kommen die glatt mit zwei Lieferwagen, so wie die Postautos nur mit Sitzen hintendrin. Und so bin ich seit ein paar Jahren, seit dem Vorfall mit Kirsten und der Yogamieze, immer reihum auf Besuch gefahren und habe Weihnachten mit Menschen verbracht, denen das Fest der Familie und des Friedens mehr bedeutet, als meiner Tochter, die sich am Heiligen Abend ein Schälchen Müsli macht und zu meiner Gans sagt, Das esse ich nicht. Das sind Leichenteile. Im letzten Jahr habe ich mit Gertrud gefeiert. Sie müssen wissen, dass meine beste Freundin Gertrud am Heiligen Abend Geburtstag hat. Nicht nur am Abend, sondern den ganzen Tag. Das ist sehr ungünstig. Und auch wenn wir aus dem Alter raus sind, dass wir Geschenke wichtig nehmen, wird ja doch danach geguckt. Ich zumindest registriere sehr genau, wer sich bei mir meldet, am Geburtstag, am Muttertag und so weiter. Ich schreibe das alles in mein kleines rotes Notizbuch. Das schwarze Buch für die Adressen. Das brauche ich aber nicht mehr. Das habe ich seit ein paar Jahren alles im Handy. Da kann man auch ganz bequem was ändern, wenn einer umzieht oder neu heiratet und der Name wechselt. Und wenn einer stirbt, wird er einfach gelöscht. Was war das früher für ein Geschmiere mit dem Radiergummi in dem Büchlein? Hertha Steck ist sechsmal umgezogen, seit ich sie kenne. Und als sie schließlich ins Heim kam, war das Papier auf der Seite mit S schon ganz dünn. Nee, das Adressbüchlein brauche ich nicht mehr. Aber das Rote mit den Geschenklisten, das führe ich nach wie vor. Da schreibe ich ein, wer mir wann was geschenkt hat. Man muss sich schließlich angemessen erkenntlich zeigen, sonst reden die Leute überein. Wie damals, als Herbert Brecher gestorben ist. Seine Wilhelmine und er haben zu jeder Beerdigung meiner Männer einen Strauß geschickt. Alle für um die 20 Mark. Das kann man ganz gut abschätzen. Mit Trauerstreusen kenne ich mich aus. Ich hatte alles genau notiert in meinem roten Büchlein. Als Herbert dann eingeschlafen ist vorletzten Herbst. Da musste ich nur nachgucken. Schließlich will man sich nicht lumpen lassen. Wissen Sie, durch den Euro ist doch alles teurer geworden. Man muss da schon eins zu eins umrechnen. Das Geld ist doch nichts mehr wert. Also habe ich einen schönen Grabstrauß für 20 Euro gekauft. Wilhelmine hatte jedoch mitgerechnet. Sie hat offenbar auch ein rotes Büchlein. Hintenrum habe ich erfahren, dass sie ein Gebinde für 80 Mark erwartet hatte, weil ich ja vier Gatten zu Grabe getragen habe und sie insgesamt vier Sträuße geschickt hat. Aber da bin ich ganz ehrlich. Das sehe ich nicht ein. Von der habe ich mir kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Stellen Sie sich mal einen Kranz für so viel Geld vor. Der wäre ja größer gewesen als der von der Ehefrau. Was das nun wieder für Gerede gegeben hätte. Na, das können Sie sich sicher selbst ausmalen. Nee, nee. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ähm, was wollte ich eigentlich erzählen? Ach ja, Gertrud. Ich schreibe im roten Buch unter anderem ein, was sie mir zu Weihnachten und zum Geburtstag schenkt. Das ist nicht schwer. Auf Gertruds Seite habe ich 1991 oben mittig Moncherie notiert und mache seitdem immer nur zwei Strichelchen pro Jahr. Sie bekommt dann jeweils einen Kasten zurück. Aber einen frischen! Die Schachtel, die man von Gertrud geschenkt bekommt, kann man leider nicht weiter verschenken. Da muss man aufpassen. Sie piekst das Konfekt nämlich gern mit einem Zahnstocher an und schlürft den Schnaps raus. Natürlich würde sie das nie zugeben, aber ich habe schon einige hohle Schoko-Hüllen erwischt. Inzwischen kenne ich mich aus. Wenn das Moncherie auffällig leicht ist und die Kirschen klappern, dann heißt es, Obacht geben! Ich sehe zu, dass ich vor der Sommerpause die Vorräte auffülle. Nachher kommt denen was dazwischen oder die Kirschernte in Bad Pürmont ist schlecht und dann stehe ich da. Nee, nee, nicht mit Renate Bergmann. Was das angeht, bin ich auf der Hut und stocke mein Depot rechtzeitig auf. Spätestens im Mai kommen ein paar Kartons Moncherie zu den Topflappen und den übrigen Geschenken ins Vertigo. Und dann kann von mir aus Weihnachten kommen. Ich für meinen Teil habe alle Geschenke beisammen. Topflappen häkle ich das ganze Jahr über. Die kann man immer gebrauchen. Über Topflappen freut sich ja jeder. Und selbst wenn der eine oder andere manchmal komisch guckt. Solange ich von den Kindern selbst gekritzelte Bilder bekomme, soll sich keiner beschweren. Dann war ein zweites Ich bin schlafen mir das ganze Jahr zu und bin ein zweites und bleib, da war ein zweites Und dann went in die Oberfläche. Und dann wurde immer es beheren. Das ist doch nur ein zweites Vielen Dank.